Hallöchen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr verschiedene Logos von euren vorhandenen Oberteilen auf ein neues Oberteil übertragen könnt. Ihr müsst das Oberteil bereits anhaben, worauf ihr später das Logo haben wollt. Geht nun zum Kleiderschrank und sucht euch euer Wunschlogo aus. Bestätigt es und nun aus dem Spieltaben und euch aus der Sitzung werfen lassen. Nun habt ihr das gewünschte Oberteil an. Ihr könnt es nun wieder am Kleiderschrank speichern, aber leider klappt es nicht bei allen, ihr müsst ein wenig rumprobieren. Untertitelung des ZDF, 2020